Roms die Bombs, Roms die Bombs. Und wie ich sehe, der Dietrich ist noch da. Das ist sehr geil. Das heißt, wir können jetzt erstmal alle gelben Vorhändeschlosser irgendwie öffnen. Es sollte im Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay, ich glaube, ich kenne das Gebäude. Wirklich? Klasse, Partner. Einen Schritt voraus. Wer nicht, dein Partner. Ja, Partner. Und warum? Weil er so eine kecke Frisur hat. So, da hinten haben wir zum Beispiel schon mal eins. Yes. Weiter geht's. Weiter geht's. So, hier ist uns noch ein Kumpi. Okay. Es sieht einfach geil aus. Dieses Spiel sieht einfach mal mega... Oh je. Okay, alles klar. Ich habe gerade gesehen, dieser kleine Mini-Blur-Effekt. Der kommt, kommt. Was? Ich muss erst das Spielwerk hochfahren. Äh, ja. Schön. Aha, ha, 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 ha. Ein Erste-Hilfe-Spray. Yeah. Aber ich packe es erst mal ein, weil... Erste-Hilfe-Sprays sind extrem selten. Und die hebe ich mir dann doch wirklich eher lieber für die ernsten Fälle auf, die noch kommen werden. Oh, shit, echt. Nein. Nein. Hat er mich erwischt. Oh, Steff, komm. Ah, blöde Typing. Aber, äh... Nemesis ist am Arsch, aber du popelst erst mal ein Schloss auf. Folgt er mir hier rein? Was? Bitte komm nicht rein. Action-Man, hilf mir. Ooh. Also, ich... Oh, krass, man hört den draußen rumfluchen. Äh... Dieser Sound erinnert mich sehr stark an die Wackelköpfe aus Resident Evil 7. Und ich würde mal sagen, diese Collectibles sind hier auch bei Teil 3. Und zwar sind es diesmal Toy-Uncles. Jupp. So. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Da steht er. Das ist doch schau. Hey, Nemi. Na? Ist alles gut bei dir? Der sieht schon übel aus, oder? Der sieht schon echt krass übel aus. Was hat der bloß hier in mich frei? Aber auf jeden Fall scheint er hier nicht reinzukommen. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Untersuchen. Nasen. Ein grünes Juwel. Alles klar. Und ab jetzt. Das hat mich wirklich erwischt irgendwie. Ich dachte, ich konnte noch ausweichen. Oh shit. Der ist schnell. Der ist fucking schnell. Mist, Mist, Mist. Okay, ich... Kommt der hier mit drin? Oh ja, er kommt mit drin. Ach, Scheiße. Das dann... Ach, Mann. Ach, shit. Ja, wirklich. Wirklich. Ich sag mal so, wie es ist. Mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut. Hab ich gesagt. So, komm. Und ich hab nur noch in so eine Rolle. Ach, ist doch... Warte mal, hier drin war ja eine Kiste. Bitte lass mich jetzt hier nicht irgendwie von... Nein, hier ist keine Kiste drin. Ah, Scheiße. Ah, es ging... Ah, okay. First Aid. Naja. Wenn wir es nicht brauchen... Wenn wir es jetzt nicht brauchen, wann dann? Ach so, warte mal, wie ich sehe. Okay. Probieren wir es mal erst mal so. So, hier war die... Ah, nehmen wir nochmal. Die Scheißbox. Die war hier, oder? Carlos, ich bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Super. Jetzt musst du eine Route festlegen. Okay. Okay, eine Sekunde. Äh, ja. Jetzt müssen wir hier eine Route festlegen. Mhm. Alles klar. Okay, schaut gar nicht aus. Oh, das war fieser. Warum denn so? Jetzt ist der Monitor, ey. Oh, Mann. Krass. Okay, wo wollen wir hin? Die Bar steht in Redstone. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Aha. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. Oh. Äh. 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 Hey. Okay. Wir müssen... Bitte geben Sie eine Route ein. Bitte geben Sie eine Route ein. Was? 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 Was hat er gesagt? Von Redstone Street nach Fox Park. Wo macht er das denn nicht? Aktion. Äh, so. Hier sagen wir... Raccoon Center Station? Ja, würde ich sagen. Dann... St. Michael's Clock Tower. Dann ist es das. Dann ist es das. Saint. Okay. Dann ist es das. Enter. Rote konnte nicht bestätigt werden. Bitte erneut versuchen. Ah, okay. Alles klar. Ah, okay. Wir müssen noch die Gleise auswählen anscheinend. Wir müssen noch die Gleise auswählen. Also, das ist die... Jetzt hört es die Kracke, da heißen die 2. Oh, äh... Da oben ist es... Achso, da ist es die 1. Bei R.A. Ist es die... 3? Bei St. Michael's ist es wieder... 2 würde ich sagen, ne? Kann man jetzt auch total irren, aber... Göttinge Rote bestätigt. Carlos, ich bin's. Und seine Bahnroute eingestellt. Chill, du bist fantastisch. Alter, schaffen wir ja wie eke. Komm. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn abfallbereit. Nice. Nice. Oder wie nennen wir es das sagen würde? Nice. Peace. 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 Vielen Dank.